So, Eishockey-Freunde, willkommen zurück zum DEL 2-Team-Check, diesmal mit den Dresdner Eislöwen, die am Ende der Saison eine super Hauptrunde gespielt haben. 110 Punkte am Ende, eine Tordifferenz von plus 72, fast 200 Tore geschossen. Wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Dann in den Playoffs allerdings leider schon im Viertelfinale ausgeschieden gegen die Heilbronner Falken. Es war sehr knapp, hier konnte man sogar einmal sehr, sehr hoch gewinnen und die Spiele, die verloren wurden, waren immer sehr, sehr knapp. Die Spiele, die man gewonnen hat, konnte man eigentlich deutlich gewinnen, aber am Ende konnten sich die Heilbronner Falken durchsetzen und die Dresdner Eislöwen sind leider schon im Viertelfinale ausgeschieden nach so einer sehr, sehr starken Hinrunde. Wirklich sehr, sehr schade. Wir gucken einmal kurz auf den Kader der letzten Saison, der das Ganze möglich gemacht hat. Und wer besonders auffällt direkt, ist Jordan Knackstedt und ein paar Schweden mit im Team, auch sehr interessant. Und wir gucken uns die gleich mal genauer an. Hier sehen wir einmal die Topscorer. Natürlich besagter Knackstedt ganz oben mit 76 Scorer-Punkten. Wahnsinn. 52 Vorlagen, aber auch 24 Tore selber geschossen. Und Johann Porsberger, 25 Tore geschossen. Die gute Nachricht ist, die Topscorer bleiben eigentlich alle. Die ganzen Schweden bleiben. Knackstedt bleibt. Thomas Andres bleibt. Eigentlich, wenn wir hier mal auf die Transferübersicht gucken, tut sich wirklich gar nicht viel. Wir sehen hier bei Vertragsverlängerung, dass eigentlich die wichtigen Stammspieler alle gehalten wurden. Und der große Stamm des gesamten Teams eigentlich relativ gleich bleibt. Wenn wir mal gucken, es sind 5 Spieler, die neu kommen und 4 Spieler, die den Verein verlassen. Beziehungsweise Losek ist auch schon wieder weg. Deswegen eigentlich 4, die gekommen sind, 4, die gehen. Deswegen gucken wir uns einfach mal erstmal den neuen Kader an. Der sieht dann nämlich so aus. Eigentlich fast wie der alte. Mit ein paar neuen deutschen jungen Spielern. Und die gucken wir uns jetzt etwas genauer an. So, Fabian Belendier. 19 Jahre jung, Verteidiger. Ziemlich groß und kräftig für das Alter schon. Und wird aber vermutlich erstmal in der Oberliga ausgeliehen werden, um dort Spielpraxis und Erfahrung zu sammeln. Hat zuvor in der unter 17 gespielt. Und aber auch schon in der Oberliga ein bisschen Erfahrung. Und schon 9 Spiele bei Lanzhut in der 2. Liga Erfahrung. Vielleicht, wenn ein paar Spieler sich verletzen oder mal irgendwie sehr gute Leistung zeigt, wird er vielleicht schon ein paar Einsätze bekommen in der 2. Liga. Ansonsten wahrscheinlich erstmal in der Oberliga anfangen. Dann gucken wir auf Lukas Mannes. 21 Jahre jung, Verteidiger. Auch sehr groß und schon recht kräftig für das Alter. 92 Kilo. Und er hat schon Erfahrung in der 2. Liga. 4 Spiele immerhin. Und letzte Saison in der Oberliga gespielt. 2 Tore, 12 Vorlagen. Wahrscheinlich Defensivverteidiger. Und auf jeden Fall bin ich gespannt. Und dann gucken wir noch auf Niklas Postel. Ein Bekannter aus der DEA. Er hat bei Krefeld und bei Düsseldorf zuletzt gespielt. 24 Jahre jung. Und seine Jugend in Österreich gespielt. Bei der Red Bull Hockey Akademie. Dann sogar teilweise in München ein paar Spiele gemacht. In der 2. Liga schon bei Riesersee ein paar Spiele gemacht. Und tatsächlich schon mal eine Saison in Dresden gewesen. 2018, 2019. Dann Krefeld, Pinguine. Und dann zuletzt Düsseldorf. Und ja. Immerhin neun Scorer-Punkte am Ende. Ja, für ein Stürmer. Könnte ein bisschen mehr sein. Und ich denke, das wird er bestimmt auch in der 2. Liga jetzt diese Saison zeigen können. Denke ich schon. Talent ist auf jeden Fall da. Ich habe in Spielen gesehen. In manchen Spielen super. In manchen ein bisschen unauffällig. Und auf jeden Fall eine interessante Neufaktion. So. Alles in allem kann man ja sagen. Der Kader ist relativ gleich geblieben. Und die Vorbereitung, die war sehr erfolgreich. Man konnte hier zweimal Erstligateams besiegen. Düsseldorf und Iserlohn konnten beide besiegt werden. Dann gegen Kassel gab es eine knappe Niederlage. Gegen Leipzig deutlich gewonnen mit 5-0. Und gegen Kassel nochmal verloren. Und dann aber die Löwen Frankfurt besiegt zuletzt. Und alles in allem eine sehr, sehr starke Vorbereitung. Das sieht wirklich gut aus. So. Dann geht es los. Am ersten Wochenende mit einem Heimspiel direkt gegen die Ravensburg Tower Stars. Und am Sonntag dann auswärts bei Freiburg. Ja. Was ist wohl möglich diese Saison? Also mit dem relativ ähnlichen Kader denke ich, dass Top 4 wieder drin ist. Und ich bin auf eure Meinung gespannt. Sag ich wie immer danke fürs Zuschauen des Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.